Wow, GTA 5 hat so tolle Texturen. Wie? Was? Das ist kein GTA 5? Und mit diesem schlechten Witz begrüße ich euch, begrüße ich euch zurück zu Postle 2. Das Spiel, in dem es um nichts schönes geht. Was auch immer, um was es ja geht. Auf jeden Fall ist es verrückt und toll und verrückt. Und toll. Und ich kann nichts mehr werfen. Das ist natürlich uncool. Warte, hier. Ach so, komm, hier. Hallo. Hallo, wie? Ja, du bist ja mein Tücher. Ja, genau. Ja, du bist ja mein Tücher. Ups, das war ich nicht. Und ich habe vorhin diesen, also vorhin, gerade eben diesen komischen Gang hier entdeckt. Und ich möchte mal mit euch gucken, was wir hier vielleicht finden werden. Dafür nehmen wir mal lieber was in die Hand. Ob es sehr dunkel hier drin ist. Was in die Hand nehmen? Ne, wir wollen ja wissen. Ich... Oh Gott. Ach Hund, komm mit. Hi Hund. Gruselig hier. Was mit Huni? Ich habe sich vorhin... Alter Schwede, wo sind wir denn hier gelandet? In einer dunklen Welt. Ich sehe mich gerade doppelt im Bildschirm, weil jetzt Sonne draußen scheint. Und zwar richtig. Am 19. September. Und ich komme nicht runter. Vielleicht aber auch so. Vielleicht aber auch nicht so. Vielleicht ja so. So könnte das klappen. Aua. Ich bin runtergefallen. Natürlich. Natürlich war ich runter. Und wir sind hier in den Kanalisationen der Stadt. Ja. Und hier sind extrem laute Rohrgeräusche. Ach, jetzt geht es erstmal in neue Welt nahe an. Weil, ja, das Spiel ja schon ein bisschen älter ist. Von an und zu. 3003 oder so. Und hier finden wir auch Leichen. Oha. Ob das was Gutes beweisen? Äh, beweisen? Was Gutes zu... Nein, das ist jemand. Das ist ein Gegner? Das ist ein Gegner aber. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hey, 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 hey. I'm friendly. Gott, wo sind wir hier gelandet? Die schöne, die schöne Steuerung. Nutze ich natürlich wieder voll aus, um halt daneben zu schießen. Egal. Oh Gott. Down. Komm, geh down jetzt. Komm, komm, zeig dein Köpfchen. Pam, 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 pam. Weg bist du. Weg bist du noch lange nicht? Sag mir erst, wie alt du bist. So, den haben wir auch weggerotzt. Erfolgreich. Denk ich, schieß mal hier oben mein Lochkopf. Lochkopf. Der hat eine Granate. Bist du verrückt? Bist du denn? Das ist Wahnsinn. Alter. So, den haben wir wirklich geschossen hier. Und jetzt noch diesen Granaten. Ne, da oben ist auch noch einer. So, der ist tot. Jetzt noch den Granaten, Heini. Der auch schon tot ist. Was? Ich hab den gar nicht getötet. Na egal. Wie haben sie erfolgreich ausgeordnet? Die ersten. Oh Gott, die ersten, ja. Boah, da sind auch so viele. Ey, das ist ja ein Witz. Mann, halt da mal die Maul da oben. So, du bist auch dran. So, jetzt fall um. Ah. So. Nein. Ich wasche mir die Hose auf. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Um ist keiner. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben das hier... Oh Gott, nicht geklärt. Wir haben es überhaupt nicht geklärt. Oh, wir haben es überhaupt nicht geklärt. Sind das Taliban? Nein, mach die Hose zu. So. Halt, halt den Mund. Jetzt machen wir... Stören wir ein Ding erstmal hier. So, zack. Oh Gott, ey. Ich mach mal lieber die Pistole. Weil die ist mir gute Dienstabwiesen. Die ist schön genau. So, jetzt mach Abflug. Tür mach... Nein. Du solltest die Hose zulassen. Mann. Dann... Erstmal hier... Bisschen... Bisschen, äh... Ding ins Tier, damit wir wieder gut drauf sind. Oh, und eine Granate. Hahaha. Ob wir die Fragen können, ob wir noch unsere Positions unterschreiben? Naja. Vielleicht nachher. Wir müssen uns mal kümmern darum, dass jetzt hier alles weg muss. Alles muss weg. Diese Terroristen in diesem Land. Ist ja unfassbar hier. Schönen guten Tag. Seht ihr noch Terroristen? Ich möchte ihn etwas fragen. Ja, denn ist nur einer. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich schon gesehen. Boah, das ist keine Angst da. Ich kümmer mich um euch. Ich kümmer euch um euch. Das ist... Oh. Moralisch kein bisschen ein Dilemma. Ach, das sind noch so viele, ey. Aua. Lass das doch mal. So, hier machen wir einen Abflug. So, den haben wir auch. Und hier ist noch eine Schrotze. Noch richtig Munition. Bisschen Kerosin oder Benzin halt. Ja, das ist doch hier eine gute Ausbeute, ne? Die kommen hier auch. Sehr schön. Die haben wir auch nur vermisst. So, was ist denn das für ein Gang hier eigentlich? Was für Organisationen denn hier? Aua. Ah, keine Muni mehr. So, aber die haben hier noch Muni im Kopf. Hahaha. So, da wollen wir noch gar nicht lang. Wir wollen erst mal gucken, was hin unten... Au. Jetzt knarrt ja das Bett. Ähm. Ich möchte mal gucken, was hier noch unten rumschillert. Mal gucken, was wir hier noch finden. In der geheimen Organisation der Taliban. Sir. Äh. Können wir jetzt mal hier das Leben wieder mitnehmen, was hier irgendwo um die Ecke war. Hier nämlich genau. Da nehmen wir jetzt auch noch mit. Wir haben's ja, wa? Wir haben's ja, Leute. So, und dann gehen wir erstmal nach da oben wieder. Und gucken wir mal, wo unsere Huda-Huda-Schwester herkommt. Dann werden wir mal sie besuchen. Ja. Gucken, wo die herkommen. So, Huda-Huda-Schwester. Warte, warte ab. Warte ab mit dir. Liegt's ja so schön rum. So, was haben wir hier oben noch schönes? Schönen guten Tag. Wir sind close today. Äh, ihr... Ja, boah, geschlossen bis Mittwoch. Und heute ist Dienstag, ey. Ah, das ist aber ärgerlich, ey. Müssen wir morgen nochmal wieder kommen? Wahrscheinlich sind wir alle neu gespawnt. Morgen. Weil das ist ja klar. Die sterben ja nicht. Weil die werden ja durch ihren Glauben... Ne, ich sollte noch nichts weiter zu ziehen. Ähm, wieder runter hier. Gucken wir noch, ob wir was anderes finden. Wir hatten ja vorhin so einen anderen Typen erledigt da hinten. Da sieht noch die Wache von ihnen. Gucken wir mal, ob da rankommen. Aber wir sind schon wieder neue. Und das gefällt mir überhaupt nicht. So. Aber die sind kein Problem für uns. Wir machen nämlich die Hose wieder auf. Und machen sie wieder zu. Und hören dieses Düsenjet-Geräusch. Obwohl es eigentlich... Ach Gott. Nicht schon wieder. Jetzt hört mal auf zu übertreiben, ey. Oh, ich glaub das wird nix. Ich glaub das wird nix. Ja, ja. Ich geh nach oben, ey. Oh, 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 oh. Ich wollte nur noch ne Granate ausprobieren. Mensch. Oh, das ist meine Waffe. So, haben wir den auch noch weg. Wo bist du hin? Na? So, den haben wir auch noch in der Mitte gegeben. Komm mal um die Ecke. Und dann gibt's, gibt's richtig. Aua. So. Fahr mal auf zu schießen von da unten. Das ist nicht nett. Der hat mir... Er hat eine Mutter nicht beigebracht, das nicht zu machen. Mensch, Mensch, Mensch. Ey. Nur Taliban hier. Hier rotten die richtige Organisation aus. Naja. Nicht zu ernst in diesem Spiel hier. Sollte man wohl... Das ist alles Quatsch. Alles Quatsch. Humbug. Und äh... Quatsch. Ach, das ist doch Quatsch. Ach, du Scheiße. Sag mal. Alter, das ist doch hier... Das ist doch... Das ist doch... Hallo. Hm. Ich werde nicht mal gefährlich oder was hier? Oh, jetzt komm mal hier. Oh Gott. So. Jetzt hauen wir dich mal weg hier. Können wir zeigen, wie es geht. Zeig mal, wie man schießen kann. Mensch, Mensch, Mensch. Ey. Mach mal die Tür auf. Oh. Du bist doch gefährlich, hab ich das Gefühl. Was ist das für eine Organisation? Wo sind wir hier? Ah, das ist doch... Das ist doch Käse. Das ist doch Käse. Das ist doch Käse, Alter. Jetzt machen wir hier die Tür auf. Hey, das ist doch... Das ist doch... Das ist doch nicht mehr lustig. Hey, 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 hey. Ja? Schießen ist verboten hier. Das ist Amerika. Oh, nicht reden. Nicht reden. So, den hätten eine Granatschaffer gedroppt. Der hat eine Waffe gedroppt. So, bringen wir den mal um den Händen. Endlich. Nein, Hose zu. Nein, Hose zu. So, gucken wir mal hier. Dann noch ein bisschen Muni da mitnehmen. Den bräuchte ich mal wieder im Medikit, weil das ist langsam echt ein bisschen rar. Da unten sind auch welche. Wir haben nämlich an den Gott rar gedacht. Und dann ging es los. Oh Gott, wo kommst du denn her? Mensch, 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 hört doch mal auf jetzt, Leute. Mal spawnen die da oben. Alter Schwede. Okay, wir wollen es nicht übertreiben. Wir wollen ja nur unsere Gastfreundschaft anbieten. In unserem Land sind es ja Fremde und Freunde natürlich. Die Welt zu Gast bei Freunden. Und essen. Komm mal, mach den Molotow weg, Mensch. Fräulein. Oh nee, jetzt kommen diese Hulu-Schwestern wieder. So, Hulu-Schwestern, warte ab. Warte, geht ab. Da gerade ein bisschen. Kriegt ihr auf die Fresse oder was? Kriegt ihr auf die Fresse oder was? Ich zeige euch, wie es geht. Nee, so nicht. Lass mal Waffen in die Hand nehmen. So, Hulu-Schwestern. Wo sind wir hier eigentlich? Wo sind wir? Verdammt nochmal. Da hast du fünf Minuten gespielt und schon wieder irgendeine Terrororganisation ausräuchern. So ist das Leben. Ah, jetzt sind wir in der oberen Etage, haben uns ewig durchgekämpft, nur um hier rein zu kommen. Und hoffentlich finden wir hier was Tolles. Zum Beispiel die Medien. Oh, das hätte man machen müssen. Ha! Es war geraten. Was passiert jetzt? Jetzt geht das Ding auf. Aha. Und da kommen wir neue raus. Natürlich, die kommen aus... Sind die Törted? Die Nischmüden Ninja. Nicht Törted. Okay. So, wo waren die denn? Wo war denn das? Go, spring mal hier runter. Einfach nicht... Aua, verdammt, um nicht ganz den Weg zurückzugehen. So, wo war das? Na, wo seid ihr? Kann man hier rein? Klar kann man das. Natürlich kann man das. Die waren hier zwar irgendwo, diese komischen vier Ninja Turtles. Aber die ignorieren wir jetzt einfach. Ha, ha, ha. Wir sind so fies. Gehen einfach hier rein. Und... Und machen, was auch immer wir machen. So, ich bin mal gespannt, was das hier... Was läuft das eigentlich hier hinten aus? Auch noch mehr Ninja Turtles? Oh mein Gott. Das ist doch alles Quatsch. Na gut, was erwartet man denn in Postal, oder? Oh! Sag mal! Sag mal! Kannst du einfach mal schießen? Jetzt schießen ja noch Granaten, ey. Ja, komm. Schluck das mal. Schmeckt bestimmt. So. Ist ja auch noch am Leben. Natürlich ist das noch am Leben. So, der ist nicht mehr am Leben. Und wie geht's dir? Auch nicht mehr so gut. Sag mal! Sag mal! Wo kommen die alle hierher? Jetzt sind wir gleich tot. Sag mal! Teenage Mutant, wenn jetzt hört der Sonntod. Nein. 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 Das war aber eine Menge, Mensch. Ach, nicht wieder... Nee, hier gehe ich jetzt nicht mehr rein. Ich schneide es im Feuer, bis jetzt nü. Geh mal wieder zurück. Aber wir wollen dann ein bisschen die Oberwelt erkunden. Ich wollte eigentlich heute nur durch Häuser gehen und ein paar Petitions unterschreiben lassen. Aber nein, wir kommen ja natürlich auf Organisation, stoßen wir hier. Jenseits von gut und gut. Warum schreibe ich hier was? Hi. Ah. Ha. Wer schreibt mit mir? Und nicht runterfallen. Nicht schon wieder runterfallen. Ach, Gott. Gehen Sie doch einfach die Leiter hoch und halten Sie sich oben fest. Ja. Sie müssen nur den Nippel durch die Asche ziehen. Eigentlich will ich schon wieder was sagen. So, jetzt sind durch. Huni, was ist denn los? Ist ja ein bisschen... Ein bisschen Petition unterschreiben. Naja, wahrscheinlich will er das nicht. Ja, ja. Hallo. Hallo, Oberwelt. Unten ist eine große Terrororganisation, aber... Das ist ja nicht so wichtig, weil alles macht die... Macht das FBI, die... Die Agency. Die machen hier ein bisschen durchgegen Knaufen. Nehmen Sie ja Munition mit, weil hier ist ja genug drin. Das ist auch wieder da. Natürlich, natürlich. Schönen guten Tag, Mister. Sie gehen sehr schön. Und hier... Ihr Fernseher ist kaputt. Wo rennen Sie hin? Wo wollen Sie hin? So, gehen wir mal hier mal wie ein Hund in die Hundregion rein. Hundens Teufels wild werde ich hier gleich. Nehmen wir noch hier ein paar Knochen mit. Hm, lecker. Da kommst du wieder, ja? Da willst du wieder. Was willst du denn? Mich töten willst du, ja? Ja? Kriegst du nicht? Ja. Ja, kriegst du. Ey, nimm fressieren. Manche Hunde würden dafür töten. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich kenne Lust mehr auf die Hunde. Naja, gut. Aber geschafft. Hi there. Würde du dir gerne meine Petition anzeigen? Keine Chance, ihr freundlicher Pimbo. Du musst nur einen Hund getötet werden. Äh, ich hab nur einen Hund getötet hier. Der Hund ist schon tot, brauchen Sie keine Angst haben. Ich geh mal in das Haus rein, mal gucken, was die Hundebesitzer machen. Ja, hallo, Ihr Hund ist grad gestorben. Ja, ich hab versucht, ihn zu retten, aber hat nicht geklappt. Oh Mann, oh Mann. Ich hab auch eine Weste mal gefunden. Das ist aber gut zu wissen, dass hier eine Weste rumliegt. Ich muss mehr von dieser guten Sachen finden. Ja, ja, hab ich, hab ich, hab ich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Haben Sie noch ein paar Waffen im Haus? Einen Donut haben wir. Jo, einen Donut. So, mal gucken, was wir noch haben. Einen Donut. Ach, hier ist die Hundehütte gewesen. Ah, da kommt man auch so extra hin. Cool. Gut zu wissen. Guck mal. Die sind schon wieder explodiert. Explodierende Musiker, ey. Die kann ich ja, die kann ich ja leiden, ey. Kann ich ja riechen, sag mal.